Was ist die Veränderung für die nächste Generation? Hauptsächlich geht es darum, an Versionen zu glauben. Künstler jetzt nicht die Ressourcen dafür haben, zu sagen, wir glauben an deine Idee, egal wie utopisch die klingt. Eine schwierige Frage, welche Veränderung ich mir für die nächste Generation wünsche, weil jede Generation erfindet sich selber. Ich kann mir zwar irgendwie wünschen, es wäre schön, wenn aus meiner Perspektive aus der jetzigen Zeit es so und so in der Zukunft ist, aber trotzdem kann es sein, dass 20 Jahre später die Generation sagt, nee, eigentlich passt das nicht, weil deine Vision zu alt ist. Daher so, Helden erfinden sich selber. Für Empowered People, für Open Societies, für ein Living Planet, für Generations. Allianz Foundation. Allianz Foundation. Aufmerksamkeit für Carolyn. . Untertitelung des ZDF, 2020